Also ich habe einen Kollegen, der ist bei Opel und da höre ich auch immer nur mal Hopp, mal Flopp. Und Nokia war ja auch ein Beispiel, wo ich auch damals in der Kundgebung da war. Und in der Region ist so weit eigentlich nichts mehr. Wenn man weiter rund um nach Köln guckt, ist da noch Ford und Bayer, sag ich mal. Und nur noch so kleine mittelständische Unternehmen. Aber die hängen dann auch mit Thyssen dran. Und ich sehe Schwarz hier in NRW, sag ich mal, im Ruhrgebiet. Und ich sehe Schwarz hier in NRW.